Hallo, ich stehe jetzt gerade vor dem Schlosstheater Neuwied. Mein Name ist Martin Semerogger, the famous one, wer mich kennt. Ich spiele hier den Othello, steige aber erst später ein an alle Neuwieder Fans. Mein Kollege Stefan Krause spielt den Iago und ich spiele ihn dann auf Tour und bin natürlich stolz mit meiner Tochter, die die DSG-Monat spielt, dann auf Tour zu spielen. Bin jetzt dabei, unterstütze das Team, soweit ich kann und freue mich, dass ihr trotzdem kommt nach Neuwied und mich aber vor allem dann bitte nicht vergesst, in Rheinbach habe ich am 12. Premiere Stadttheater Rheinbach, 12. März. Okay, Freunde, hasta la vista.